Öffne die Tür, liebe Geißlein. Ich habe euch was Leckeres zum Essen mitgebracht. Hä? Ich glaube, du bist im falschen Film. Aber wenn du Landschaftsgärtner bist, dann habe ich jetzt was für dich. Film ab! Wir haben hier einen Familienbetrieb, Wolfgarten Gestaltung mit ca. 15 Angestellten. Das Team ist wirklich sehr locker. Es macht immer Spaß mit den Leuten zu arbeiten. Wir haben Spaß auf der Baustelle. Ich bin sehr zufrieden mit der Firma. Wir sind gute Kollegen. Gefällt mir meine Arbeit. Wir haben einen sehr guten Fuhrpark. Alles funktioniert, hart los. Und wir haben auch sehr neue Maschinen, die uns das Leben sehr einfach machen. Die Maschine ist alle neu. Also Bager, Radlader. Das ist alles top. Auch ich jetzt, wenn ich Landschaftsgärtner fertig bin, würde ich im Techniker oder Meister gefördert werden, was sehr cool ist. Jeder hat für seine Kolonne dann auch die entsprechenden Fortbildungen und die sind immer gut und man wird hier gefördert und du hast es auch gut so, damit wir auch weiterkommen. Hey, du hast gesehen, wir sind ein cooles Team, haben verschiedene Projekte, einen guten Maschinenpark, selbstverständlich 30 Tage Urlaub und das Beste ist, wir haben noch einen Platz frei. Also komm zu uns ins Wolfsrudel und bewirb dich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.